Eine weitere Frage war, ich gebe ja immer gerne den Tipp, wähle deine Kämpfe weise. Also geh nicht in jeden Kampf, weil es kostet halt alles Energie. Und dann gibt es halt immer wieder das Thema zum Thema Geld. Kindesunterhalt oder Scheidung und Ausgleich, Vermögensausgleich etc. Zum Thema Geld. Einerseits beim Kindesunterhalt ist es ja so, das ist ja Geld, was dem Kind zusteht. Und das Thema kannst du zum Beispiel wunderbar delegieren an die Beistandschaft vom Jugendamt. Das ist wundervoll, da hast du dann gar nichts mit zu tun. Da kümmert sich dann ein Sachbearbeiter im Jugendamt darum und hat dann auch die Kommunikation und stellt sicher, dass dann auch jeweils immer die richtigen Beträge ausgerechnet werden. Also das würde ich sowieso sofort delegieren. Dann hast du eine Energiequelle weniger. Wenn es jetzt um sehr, sehr hohe Vermögenswerte geht, dann ist es natürlich schon so. Da tut man sich dann leicht zu sagen, wähle deine Kämpfe weise. Letztendlich ist es alles nur Geld. Und warum solltest du nicht in der Lage sein, jederzeit wieder das Geld zu erwirtschaften? Warum solltest du nicht alleine unabhängig in der Lage sein, dieses Geld zu erwirtschaften? Jetzt, wenn du dich so befreit hast von seinem toxisch-narzisstischen Einfluss. Angenommen, du hast zum Beispiel auch mitgeholfen, ein Geschäft aufzubauen. Was spricht denn dagegen, dass du ein ähnliches Geschäft oder ein ähnliches Business genauso wieder aufbauen kannst? Nur diesmal ohne ihn. Und diesmal noch viel erfolgreicher. Also, wenn du einen Anwalt hast, der dich ermutigt, der dir sagt, okay, also das sollte kein Thema sein. Viele Anwälte, die sind durchaus, also es gibt sehr, sehr viele gute Anwälte, glaube ich, die sich leichter damit tun, Geld zu erkämpfen, als im Familiengericht Umgangs- und Sorgerechtsregelungen zu erwirken. Ja, also das ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Thema. Ich tendiere halt dazu, dem Geldthema nicht so eine große Bedeutung zu geben. Klar, wenn da jetzt ein Haus auf der einen Seite steht, was so eine Million Wert hat, ja, da kann ich mich natürlich leicht, kann ich mich leicht darum reden, ja. Aber, ja, ja, dann schau, was du machen kannst, aber achte auf deine Energie, ja. Aber wie gesagt, ich finde halt die Themen Sorgerecht oder eher Umgangsrecht viel, viel wichtiger. Und da würde ich halt immer auch entsprechend meine Energie reinstecken wollen, als in leidige Geldthemen. Aber das musst du entscheiden. Und da würde ich halt auch immer entsprechend mit einem Anwalt gucken, okay, was für eine Erfolgschance habe ich, was könnte dabei rauskommen. Und dann aber auch wirklich loszulassen. Und wenn es dann halt nicht 50 Prozent des Hauses sind, sondern nur 30 oder 40 Prozent, dann sind es halt nur 30 oder 40 Prozent. Ja, also so würde ich das handhaben. Ja, und ansonsten, wenn Gefahr in Verzug für dein Kind ist, dann musst du immer alles geben. Gefahr in Verzug, dein Kind wird nicht ordentlich beaufsichtigt, dein Kind ist Gefahren ausgesetzt, ja. Nicht nur der toxischen Manipulation, sondern wirklich körperlichen Gefahren, dann musst du handeln. Und auch wenn dein Kind dir den Auftrag gibt, wenn dein Kind unglücklich ist mit der aktuellen Umgangssituation, auch wenn die vom Richter beschlossen wurde, dann musst du da nochmal ran. Das sind die Kämpfe, die weise sind, ja. Wenn du den Auftrag hast und um alles zu verhindern oder mehr zu verhindern, als es jetzt stattfindet. Und in dem Moment, wenn es um Geld geht, Geld kannst du selber wieder generieren. Das ist nicht perdu. Geld ist Energie. Kommt und geht, ja. Und wenn du mal was aufgebaut hast und weißt und deine Fähigkeiten kennst, dann kannst du das auch jederzeit wieder so für dich wieder hereinholen. Okay? Also dann, meine Liebe, nur Mut, du schaffst das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.